Servus Guys, euer Sweater Speck am Start. Ja, heute mit einem Thema, was ich schon eine ganze Weile bei mir auf der Liste stehen habe, jedoch sich das erst jetzt aufgrund einer aktuellen Gegebenheit richtig gut anbietet, aber dazu auf jeden Fall später mehr. Es geht nämlich um Gamer Brother und sein Verhalten gegenüber Donations und gegen Januar hat er folgenden Tweet abgelassen. Ich werde ab morgen in meinen Streams nicht mehr für vorgelesene Donations garantieren. Ich habe vor allem mit steigender Reichweite gemerkt, dass mir immer mehr Leute Geldbeträge spenden, um im Gegenzug etwas für ihre Donation zu verlangen. Bewerte mal dies, mach mal das, wieso passiert das nicht, folg mir mal hier, sind die harmloseren Beispiele. Da eine Donation in meinen Augen eine Möglichkeit der freiwilligen Unterstützung ist, sehe ich vor allem in meinen letzten Streams, dass der Zweck deutlich verfehlt wurde. Ich bekam teilweise das Gefühl, eine neue Live-Sendung zu moderieren, in der ich möglichst hohe Beträge vorlese. Also dabei will ich im Stream einfach nur meinen Content durchziehen und nicht für ein paar Euro mehr im Monat künstlich meine Zuschauer motivieren zu spenden, indem ich suggeriere, dass sie als Gegenleistung für ihre Spende etwas zu erwarten haben. Daher ab Freitag Spenden werden nur noch willkürlich vorgelösen. Wer damit ein Problem hat, soll einfach nicht mehr spenden. Gruß, euer Broski vom Pott. Ja, was soll man großartig dazu sagen, wie er das Ganze eingehalten hat, könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare reinschreiben, wie er das Ganze bewältigt hat und ob ihr es gut findet, wie er das Ganze bewältigt hat. In einem Stream-Highlight erklärte er ja, dass er ganz unruhig wurde und auf seinem Monitor die ganze Zeit während den Totti-Streams geschielt hat. Nach zehn Minuten haben dann immer angefangen, sich die Leute zu beschweren, dass er doch bitte das machen soll, was er in die Donations reingeschrieben bekommen hat. Und das Ganze hat ihm definitiv keinen Spaß mehr gemacht. Er ist aktuell in der Position, dass er von Spenden nicht mehr so wirklich abhängig ist. Er ist der Meinung, dass Spenden nur dazu dienen, ihn zu unterstützen und dieser Punkt in letzter Zeit ziemlich oft verfehlt wurde. Sondern die Leute meistens wollen, dass er etwas macht, wie zum Beispiel Teams bewerten, grüßen oder Realtalk über etwas betreiben. Man soll bei ihm nur noch spenden für Support und für keine Dienstleistung mehr. Er betonte auch dabei immer wieder, dass Spenden freiwillig sind und man nicht spenden muss. Auf den Vorschlag, dass er sich doch die Spenden von einem Bot vorlesen lassen könnte, reagierte er damit, dass das Ganze keinen Sinn ergeben würde. Und damit hat er definitiv auch recht, wenn wir uns einfach mal das Beispiel Tanzverbot in der Vergangenheit anschauen. Hashtag größer als kleiner als. Ja Leute, natürlich wird von dem einen oder anderen definitiv die Abgehobenkarte gespielt. Aber ich würde mal sagen, wir wägen das Ganze jetzt auf jeden Fall erst einmal ab. Spenden sind natürlich auch für Nachrichten im Chat geschaffen. Fangen wir erstmal mit dieser kompletten Sache an. Ja, ich persönlich gebe ihm auf jeden Fall recht, dass das mit den Teams, mit den Pushen, auch mit den anzwungenen Realtalks ziemlich nervig sein kann. Wenn man das definitiv nicht möchte, beziehungsweise über manche Sachen einfach nicht reden will. Natürlich muss man einfach dazu sein, dass sich dadurch auch die Qualität des Streams auf jeden Fall steigert. Wenn er nicht mehr teilweise 5 Minuten am Stück Donations vorliest. Und auch wenn er jetzt mal auf eine Donation reagiert, wirkt das Ganze vielleicht auf den Zuschauer definitiv natürlicher. Was natürlich auf der Gegenseite steht, ist auf jeden Fall, dass zum Beispiel für mich Grüßen völlig in Ordnung ist. Wenn jemand schreibt Grüße den und den, dann ist das eine Aufgabe von zwei Sekunden. Da sehe ich persönlich jetzt nicht so das große Problem dahinter. Das Problem wird hierbei wahrscheinlich sein, dass das Ganze in einer Häufigkeit vorkommt, dass es für ihn einfach nervig ist. Zum anderen muss ich einfach dazu sagen, dass der Text auch einfach dazu da ist, für die Fans sich bei ihm auch zu bedanken. Und wenn man das Ganze auch vorliest, sage ich mal, dann zeugt das auf jeden Fall auch für Sympathie. Und ich sage es mal so, auch der ein oder andere Fan hat sich das definitiv verdient, dass man da auch vorgelesen wirkt. Auf den Zuschauer wirkt das Ganze natürlich auch ein bisschen undankbar, aber ihm scheint das Ganze egal zu sein. Vielleicht ein einfaches Danke bei den einzelnen Namen wäre auf jeden Fall angebracht. Allerdings muss man auch hier wieder sagen, wenn das Ganze wieder sehr häufig vorkommt, dann sitzt er da wieder 5 Minuten da und sagt zum Beispiel, Ja, Julian, danke für deine Donation, Detlef, danke für deine Donation oder wie auch immer. Also das Ganze würde dann weiterhin in so einen Teufelskreis gehen, würde ich einfach dazu sagen. Ich persönlich würde immer mein Bestes dafür geben, die Donations etc. vorzulesen. Aber Gamerblatter ist aktuell der größte deutsche Streamer, muss man einfach dazu sagen. Und hat auch keinen zweiten Mann, der ihm die Donations vorliest, wie es zum Beispiel bei Tizzy Schubeck der Fall ist. Das erschwert natürlich nochmal die ganze Lage bei ihm, dass es natürlich eine enorme Häufigkeit gibt. Und da gewisse Muster auch auf Dauer nerven können. Ich persönlich schlage einen Kompromiss vor, denn er hat auch die Donation-Tafeln unten im Stream, in denen steht zum Beispiel, Ja, Julian hat 25 Euro oder sowas donated. Dort könnte er vielleicht einen kleinen Text einfügen, in dem so etwas in die Richtung drinsteht, was er in seinem Stream gesagt hat. In dem er einfach kurz und knapp reinschreibt, dass er Donations nicht zwangsläufig vorlesen wird. Ich denke mal, das würde ihm auf jeden Fall eine Menge Transparenz einräumen. Und auf jeden Fall wäre er damit auch einer der wenigen Vorreiter, die das bisher gemacht haben. Ihr könnt mir auch gerne mal reinschreiben, welcher große Streamer das auch schon macht. Mit den Donations sind es freiwillig. Aber es gibt einige, die machen das definitiv nicht. Und ich denke mal auch, das könnte die ein oder andere Enttäuschung des ein oder anderen Zuschauers wiederum hervorbeugen, der auch vielleicht dann ein bisschen Hate schiebt etc. Ja Leute, schreibt wie gesagt sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ein Gamer Browser wird vielleicht demnächst dazu Stellung nehmen auf meinem Kanal in näherer Zukunft. Seid auf jeden Fall gespannt, da werde ich ihm eine ähnliche Frage stellen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Checkt gerne eins meiner letzten Videos ab. Kostenloses Abo wäre Babo. Euer Twitter ist raus. Macht's gut, haut rein und ciao. Euer Twitter ist raus.